Chef, wir haben ein Problem. Nein, nicht wegen dem Kindergeburtstag heute Nachmittag. Wir haben ein grösseres, ein viel grösseres. Moritz ist entlassen. Und jetzt ist es unsere Workshop-Flyer. Und jetzt ist es, wie wir uns das machen. Nein, Moritz. Das Kuchen wäre doch für den Kindergeburtstag gewesen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.